Hallo liebe Freunde des gepflegten Lootboy Spaßes und willkommen zu einem neuen Unboxing von ein paar Tactical Wargame Packs. Denn es gibt mal wieder ein Tactical Wargame Pack vom Lootboy. Das Ganze ist also auch wieder Hashtag Sponsored, Hashtag Werbung. Ich bin da von Lootboy quasi ein bisschen unterstützt bekommen, habe wieder ein paar Packs zur Verfügung gestellt bekommen, die wir gleich gemeinsam auspacken werden, beziehungsweise aufreisen werden. Und wo es dann auch die entsprechenden Codes im nächsten Livestream für euch wieder zum Gewinnen gibt. Was ist der Lootboy? Es ist eine Webseite, beziehungsweise gibt es auch als App für Android und auch für iOS, also fürs iPhone. Das Ganze ist im Grunde Lootkisten, so wie wir es vielleicht aus World of Tanks aus der Weihnachtszeit kannten, nur unabhängig von Spielen. Das heißt, hier kriegt man halt zu verschiedenen Themengebieten solche Lootpacks. Hier sind es halt keine Kisten, sondern hier sind so typische Aufreispacks, wie man es früher von den Panini aufklebern kannte, nur halt in der Form virtuell. Das Ganze gibt es halt einmal für echtes Geld in verschiedenen Thematiken, in verschiedenen Preisen. Gibt es aber auch quasi kostenlos für diese Lootcoins. Und diese Lootcoins bekommt man entweder, indem man sich täglich einmal einloggt oder indem man wöchentlich dieses Comic hier liest, was wöchentlich freitags veröffentlicht wird. Dafür kann man diese Coins sammeln und wenn man genug Coins hat, kann man so ein Lootpack aufmachen. Unter anderem sind auch in diesen Kaufpacks und auch in diesem Lootpack für Coins immer auch nochmal Coinkarten drin. Also an und für sich bekommt man, wenn man ein bisschen Geld oder auch Lootpacks hier gekauft hat, immer wieder Coins auch zurück. Also das ist eine ganz gute Gelegenheit, da sich auch diese Coins zu holen. Wie ihr seht, ich habe ja mittlerweile schon zwei Videos gemacht. Das ist das dritte Video, könnt ihr auch gerne mal reingucken, kann ich euch oben in die Infokarte verlinken. Da habe ich das Ganze auch nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Mittlerweile gibt es das zu unzähligen Thematiken. Ich weiß noch, als ich das erste Lootboy-Video gemacht habe, da war die Liste hier relativ klein. Und ihr seht, mittlerweile ist die sehr, sehr, sehr lang. Gibt es wie gesagt in verschiedenen Preiskategorien zu verschiedenen Thematiken. Hier zum Beispiel Harry Potter für 2,99 Euro. Wir gucken mal kurz rein, was da drin ist. Schnappt euch noch heute das unglaublich günstige Premium-Lootpack zum Sparpreis von nur 2,99 Euro statt 19,99. Inklusive von Lootboy Überraschungspaket mit sieben zusätzlichen Lootcards. Was ist hier drin? Lego Harry Potter, die ersten 1 bis 4 Jahre Steam-Code für PC. Und Lootboy Überraschungspaket, weitere sieben Lootkarten. Die zufällig aus dem ganzen Lootkarten-Pool, die auf Lootboy verfügbar sind, quasi ausgewählt werden. Das nochmal als Beispiel, was es zum Beispiel auch noch gibt, was ich ziemlich cool finde. Kerbal Space Program für 7,99 Euro. Plus halt auch noch ein paar Lootboy Überraschungskarten. Ähnlich wie beim Harry Potter. So, ich gucke mal in mein Inventar, denn ich habe wie gesagt vom Lootboy ein paar Tactical Wargame-Packs zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Inhalte kann ich dann wie gesagt im nächsten Stream an euch weitergeben. Wir gucken nochmal kurz auf die Homepage, beziehungsweise auf die Startseite und schauen uns mal an, was da drin ist. So eine Tactical Wargame-Lootpack kostet 99 Cent, also ein Euro. Was ist da drin? Eine garantierte Kriegskarte mit Premium-Beute. Was genau das ist, sehen wir gleich hier unten. Vier weitere Zufallskarten aus dem Lootkarts-Pool. Also das, was wir gerade auch schon bei Harry Potter, beziehungsweise bei Kerbal Space Program gesehen haben. Und zwei Lootcoins-Karten, hier bis zu 1750 Lootcoins bekommt man also da wieder zurück, beziehungsweise das heißt, die kommt man extra dazu und könnte man dann später auch für diese 2000 Coins-Packs ausgeben. Bei den Kriegskarten handelt es sich entweder um eine von 500 World of Tanks Bonus-Codes für einen T25 plus Garagen-Stellplatz. Das ist der Tier 5 Premium-Panzer-Medium der Deutschen. Dann 250 Mal Armored Warfare-Ultra-Beute-Pack mit dem Tier 8 Premium-Panzer. Da haben wir auch schon ein paar Verlust davon. 1250 Mal haben wir, also ist in diesem Pool halt enthalten, Armored Warfare-Großes Premium-Beute-Pack mit einem Tier 7-Panzer, Premium-Panzer. Und man hat die Chance auf eine von 1500 Armored Warfare-Karten mit einem Tier 5 Premium-Panzer. Die IS-7 als Tier 3er wird hier gar nicht mehr rausgehauen. Oder, was auch noch eine Möglichkeit ist, 2000 verschiedene Codes, also Chunks auf einen davon, von diesen PC-Voll-Versionen. So, soviel zum Inhalt. Und jetzt gehe ich hier unten mal auf mein Inventar und dann fangen wir mal an, die Karten aufzureißen. So. Das ist immer ziemlich laut. Ich habe das OBS schon runtergedreht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Hier ein bisschen Coins. Warzone war auch schon mal dabei. Wir gehen mal zum Inventar. Da müssen wir jetzt hier ein bisschen nach unten scrollen, weil natürlich einige Karten dabei waren. Ich habe extra geguckt, die letzte Karte, die ich im Inventar hatte, war die hier. Weil ihr seht schon, mein Inventar ist von den letzten Sachen noch unheimlich voll. Hier zum Beispiel habe ich auch noch Armored Warfare, aber das ist, glaube ich, alles schon eingelöst, die Codes. Also, ist auch egal. Was haben wir hier bekommen? Survarium Lootboy Package. Was ist das genau? Das Lootboy-Set umfasst jeden Code. Bla, bla, bla. Hm. Hauptmerkmale. Hier oben steht es. Bekommt ihr einen speziellen Einladung-Code für das Spiel Survarium inklusive Lootboy-Set? Okay. Ich kenne das Spiel nicht. Keine Ahnung, was das ist. Aber, wenn man da Interesse hat, kann ich das ja auch im Stream anbieten. Beziehungsweise, wenn es im Stream keiner will, dann halt vielleicht auch einfach so per Direktnachricht. Warzone hatten wir auch schon ein paar Mal. Was ist das hier? Bam. Bam Kartenspiel-Bundle. Mit diesem Loot-Karte bekommst du den Code für das Bam Kartenspiel-Bundle. Dieses Bundle enthält. Ah ja. Keine Ahnung, was das ist. Noch nie gehört. Vielleicht weiß es einer von euch. So, was haben wir hier noch gehabt? Warzone ist klar. Hongkong und was ist Mars? Mars Tomorrow. Mit dieser Loot-Karte bekommt ihr den Code für einen zehntägigen Siedler-Account für das Spiel Mars Tomorrow. Klingt so ein bisschen wie ein Browser-Game. Und was war die letzte Karte? Hongkong. Shadowrun Hongkong Extended Edition. Mit dieser Loot-Karte bekommt ihr den Steam-Code für das Spiel Shadowrun Hongkong Extended Edition. Okay. So was kann man ja auf jeden Fall im Stream verlosen. Mal gucken, ob wir ein bisschen World of Tanks über Armored Warfare Codes bekommen. Huch. Ich wollte mir noch gucken, was das für Codes diesmal waren. Game-Duell. Game-Duell. Armor Gold Edition. Davon haben wir, glaube ich, auch noch einen Code irgendwo rumliegen. Was war jetzt noch dabei? Hunt for God, Spam und Game-Duell. Mit dieser Karte bekommst du 20 Euro Spielgeld, wenn du dich bei Game-Duell anmeldest. Was auch immer Game-Duell ist, einige von euch werden es bestimmt wissen. So, wir machen mal ein bisschen zügiger. Vielleicht finden wir hier World of Tanks. Sieht im Moment nicht danach aus. Ich hoffe natürlich, dass ein bisschen World of Tanks drin ist. Oder Armored Warfare. Nope. Coins. Sieht nicht danach aus. Armored Warfare Standard Paket. Das müsste dann der T5 sein. Ein bisschen ISO-Rabattkarten sehe ich hier. Machen wir mal weiter. Nochmal Armored Warfare. Das gucken wir uns gleich an. Ich mache jetzt erstmal alle auf. So. Ist das Homefront oder wie das Spiel heißt? Da können wir auch nochmal gucken. Also es gibt halt die interessanteren und die weniger interessanteren Karten. Wenn man Karten dabei hat, die nicht so spannend sind, dann kann man die auch schreddern. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Dann kriegt man auch diese Coins quasi wieder zurück. Hier ist noch ein bisschen Armored Warfare dabei. Okay. Und das letzte Paket. Komm, World of Tanks, World of Tanks, World of Tanks. Nein. Kein World of Tanks. Schade. So, was haben wir denn? Armored Gold nochmal. Dann 15% auf Line Cars. Das ist natürlich geil. Wer sich irgendwie Hardware kaufen will, für den ist das auf jeden Fall interessant. Also wenn ihr hier Code seht, wo man direkt weiß, dafür wird sich im Stream, kann er dafür interessieren, könnt ihr mich auch direkt per YouTube.pn einfach mal anschreiben. Dann können wir das auch auf dem kurzen Weg lösen. Dann muss man jetzt nicht immer irgendwie über den Stream was verlosen. So, Mars haben wir hier nochmal. So, Mars haben wir hier nochmal. Das hatten wir ja schon. Auf jeden Fall im nächsten Stream lohnt. Leider kein World of Tanks. Hier ist auch nochmal ein Standardcode. Schade. Aber ja, es ist Zufall. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ihr bekommt im Prinzip nur die Garantie auf einen gewissen Pool an Karten. Es wird euch nicht garantiert, dass eine von diesen Karten oder so dabei ist. Jetzt zeige ich euch, wie ihr Karten schreddern könnt. Wie ihr quasi euch Coins auch wieder zurückholen könnt. Ihr klickt hier einfach mal auf diese Karte. My Free Zoo. NNPC Hase. Spiel ich jetzt nicht unbedingt. Sag ich mir jetzt brauche ich nicht. Dann gehe ich hier auf Karte schreddern. Dann fragt er mich nochmal. Und dann bekomme ich 100 Loot Coins quasi zurück. Das heißt, auf mein Konto halt überwiesen. So, weg damit. Und ihr seht schon, ich habe auch durch den Kauf dieser Packs mittlerweile auch sehr viele Loot Coins angehäuft. Hier warte ich schon mal gucken, was Homefront ist. Mit dieser Karte bekommst du den Steam Code für das Spiel Homefront. Das ist nice. Den werden wir auf jeden Fall auch im nächsten Stream verlosen. Ich sage es jetzt schon mal, der nächste Stream dann am Samstag. Dort werde ich die Codes raushauen. Also die Armored Warfare Codes. Also das heißt für euch dann morgen. Das Video kommt am Freitag raus. Und auch den Homefront Code. Jetzt gehen wir nochmal kurz auf den Homebutton. Und öffnen einfach nochmal ein oder zwei von diesen normalen Loot Packs. Da steht jetzt nicht da, was da drin ist. Da muss man sich quasi ein bisschen überraschen lassen. Hier steht einfach nochmal 5 Karten. Wir machen mal jetzt holen. Joop, Loot Coins einlösen. Loot Pack öffnen. Ihr seht, es sind ein paar weniger Karten. Lords and Knights. Kenne ich noch gar nicht. Okay, gucken wir gleich mal, was ist Lords and Knights. Mit dieser Loot Karte bekommst du den Code für Lords and Knights. Starter Paket im Wert von 15 Euro. Klingt für mich auch. Das beste Strategie. MMO kämpfen gegen tausende andere Spieler. Okay. Klingt so ein bisschen wie ein Browser-Game. Beziehungsweise im Browser auf iOS oder auf Android. Also wer sowas spielt, der kann sich auch einfach mal bei mir direkt melden. So, machen wir nochmal eins auf hier. Was ist da drinne? Ubisoft. Bam. Und das hier weiß ich auch nicht, was das ist. Ach, Game Duell war das. Okay. Und was ist das hier? 25% Rabatt im Ubisoft Store. Mit dieser Loot Karte bekommst du epische 25% Rabatt im Ubisoft Store Deutschland und Österreich. Und zwar auf den gesamten Katalog, der bis Ende 2017 erschienen ist. Vorbestelltitel und später veröffentlichte Produkte sind ausgenommen. Code ist bis 30.04.2018 gültig und kombinierbar mit 100 Uplay Punkten. Was auch immer das bedeutet, diese Kombination. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Uplay Punkten machen kann. Aber das ist auf jeden Fall auch ein ganz geiles Ding, weil 25% Rabatt. Das ist schon mal eine ganz schöne Ansage, würde ich sagen. Und komm, weißt du, was schön ist, machen wir noch ein letztes von diesen Loot Packs auf. Mal gucken, was da Spannendes drinne ist. Ja, Game Duell. Also, ja, okay. Game Duell, Spielgeld. Wir haben wieder, also für diesen ISO Monitor Gutschein habe ich mittlerweile auch einige. Also, falls ich jemanden einen ISO Monitor kaufen möchte. Ich glaube, ist das auf einen ganz bestimmten Monitor festgelegt? Ja. Es ist auf einen ganz bestimmten ISO Monitor festgelegt. Auf den ISO FS2434. Und er muss natürlich im Online-Shop von ISO Deutschland direkt gekauft werden. Also nicht über irgendwelche anderen Shops, sondern halt von bei ISO direkt. Und da kann dann dieser Code eingelöst werden, den man bekommt, wenn man jetzt hier drauf geht. Also, wenn ihr darauf Bock habt, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise mir auf YouTube eine PN schreiben. Wenn ihr hier jetzt irgendwas seht, wo ihr denkt, da hat eh kaum jemand anderes Bock drauf. Also, wir haben zum Beispiel Kingdoms and Monsters. So was werde ich halt irgendwie nicht verlosen, weil ich genau weiß, dass da, ja, wenige drauf Lust haben, drauf Bock haben. Oder hier, was ist das? Das Mifcom, 50 Euro Rabattcode ist auch eine Ansage. Rabattkarte beim Kauf von Mifcom PC. Also, wer sich irgendwie ein PC hier kaufen will, in diesen Online-Shop von, wird das Mifcom? Mifcom? Ich weiß es nicht. Ausgesprochen dann, ja. Das ist der Lootboy auf jeden Fall. Es gibt ein neues Tactical Wargame Pack. Kann man sich mal anschauen. Man kann auch generell sich den Lootboy mal anschauen. Wie gesagt, es gibt mittlerweile so viele Sachen. Den Link dazu, wie immer, natürlich unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Link, wenn ihr euch über diesen anmeldet, dann bekomme ich quasi als Gutschrift noch ein paar von diesen Coins. Wer also mich unterstützen möchte, der kann sich auch über meinen sogenannten Affiliate-Link da anmelden. Ansonsten steht es natürlich auch jedem frei. Wie gesagt, die Codes, die wir hier gesehen haben für Armored Warfare und auch für Homefront, und die werde ich also morgen am Samstag raushauen im Livestream, wieder über die Mittagszeit. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich morgen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zum Lootboy rein. Gerade was jetzt so das neue, also das breitere Angebot angeht, würde mich schon mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr das cool findet oder ob ihr sagt, nö, Lootboy oder allgemein solche Loot-Sachen interessieren mich nicht so sehr. Haut es einfach mal in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.